Hallo ihr Lieben, ja willkommen zum nächsten Videoblog, der heute mal ein ganz anderes, einfaches, banales Thema hat, auf den ersten Blick, aber sich entpuppen wird, wenn ihr uns folgt, eine etwas andere Komplexität. Meine Partner Bernd und Andreas helfen mir dabei und euch das zu verstehen, weil sie werden ein paar Sachen demonstrieren. Das Thema ist heute Arbeit mit dem Sandsack. Wie macht man die sinnvoll? In den klassischen Erläuterungen, beziehungsweise auch in den praktischen Umsetzungen heute, in fast allen durchgängigen Clubs, Schulen, wie auch immer, wird der Sandsack als Gegner im Kopf getragen und ist beim Training dabei. Das heißt, wenn ihr mal Videos betrachtet, wo Menschen am Sandsack arbeiten, seht ihr sehr oft, dass es schon einer Kampfhandlung ähnelt oder die Menschen sich vorstellen, in einem Kampf zu sein und der Sandsack den menschlichen Körper darstellt. Wenn das so wäre, ist das aber nur die weilbe Wahrheit, weil es wäre ein amputierter Mensch. Der hat keine Arme und keine Beine, der schlägt auch nicht zurück und der wird auch niemals zurückschlagen. Denkt mal an das tolle Zitat, Bruce Lee, Board don't hit back. Das ist genau das Gleiche. Bretter schlagen nicht zurück. Da geht es nur um etwas ganz anderes und das wollen wir euch heute einfach mal näher bringen. Also zuerst. Der Sandsack ist eine tote Masse. Je nachdem, wie viel er wiegt, 40 Kilogramm, 50 Kilogramm, was auch immer. Die Masse ist eine tote Masse und die macht nichts, außer da zu hängen und die wird auch nicht auf euch zugehen. Die wird nicht auf euch einwirken, außer ihr setzt sie in Bewegung. Deshalb auch nur beim aufgehängten Sandsack, beziehungsweise diese Sandsäcke, die auf dem Boden stehen und ein bisschen wippen können. Es geht beim Sandsacktraining, wenn ihr den Gedanken annehmen wollt, nur darum zu prüfen, erstens, ob das, was ihr in den Sandsack reingebt an Wirkung, an Aktio, denkt an das alte Physik, Aktio gleich Reaktio, das hat auch Gültigkeit. Okay? Bitte nicht ausblenden oder so tun, als gäbe es das nicht in der Kampfkunst. Aktio gleich Reaktio wird am Sandsack besonders deutlich. Und das, was ihr hier reingebt, soll der Sandsack widerspiegeln. A, durch den Sound und B, durch das, was ihr fühlt, was er euch zurückdrückt, was ihr reingegeben habt. Das ist erstmal das Primäre, worum es geht, wenn ihr am Sandsack arbeitet, den Wirkungsschlag zu entwickeln. Egal aus welchem Winkel, aus welcher Position, mit welcher Handhaltung, mit welchem Körperteil, spielt keine Rolle. Es kann auch eventuell mit einem Gegenstand sein, mit einem Stock, wenn ihr philippinische Kampfkünste seid, oder mit einem anderen Stock, mit einer Tonfa, mit einem langen Stock, was auch immer. Aber der Sandsack hilft euch einfach nur zu verstehen, was kommt zurück, um zu fühlen, hey, da habe ich ordentlich was reingegeben. Weil, wenn ihr ordentlich was reingebt und der Sandsack spiegelt das zurück, dann wird euer Körper auch in seiner Standfestigkeit gefordert. Das ist Naturgesetz. Ihr könntet das gleiche Training auch gegen eine Wand machen. Die Wand ist aber fest, die bewegt sich nicht, weil der zweite Aspekt bei diesem Training ist, dass wenn der Sandsack sich bewegt, weil ihr eine Wirkung reingegeben habt, er seine Distanz zu euch verändert, seine Position im Raum und ihr praktisch gleichzeitig in dem Moment zwei Dinge fokussiert üben könnt. Wie kriege ich meine Wirkung an die nun unveränderte oder sich ständig weiter verändernde Position im Raum? Dann fangen wir an, in Richtung Kampf zu gehen, aber nur auf den Bezug Distanz, Wirkung. Beides zusammen fokussiert im Sandsack zu implementieren durch eure Wirkung. Der Andreas wird euch jetzt mal ganz einfach ein paar Übungssequenzen zeigen, wie in dem klassischen Kampfsport der Sandsack als Gegner gesehen wird und wie gearbeitet wird. Ihr kennt das vielleicht, aber wir wollen es einfach noch mal machen, damit ihr noch mal dieses Bild vor Augen habt. Andreas, bitte. Okay, dankeschön. So, ihr habt gesehen, der Andreas hat seine Kombination abgefeuert, wie im Ring, 1, 2, 3, 4, was auch immer, und ist dann zurückgegangen etwas aus der Distanz. Im Sport absolut in Ordnung. Aber wenn ihr in einer Selbstvertragungssituation seid, wird der andere vielleicht weiter auf euch einwirken wollen. Ihr habt gar keine Chance, die Hände zurückzunehmen. Das heißt, wenn ihr Kombinationen macht und vor allen Dingen, wenn ihr versucht, nur schnell zu schlagen, ohne dass dadurch eine wirkliche, hundertprozentige Wirkung aus dem Körper generiert wird, dann geht ihr nur mit einer Minderwirkung in das ganze System rein und müsst wahrscheinlich mehr schlagen, weil es euch wieder aus Atem bringt. Weil Sauerstoff ist unser Sprit. So, jetzt zeigt euch der Andreas einfach mal, wie er versucht, sich darauf zu fokussieren, dass hier Wirkung ankommt. Und jetzt achtet noch auf Folgendes. Er hat seine Handschuhe an und bevor wir dieses Video angefangen haben, hat der Andreas gesagt, okay, als ich die Boxhandschuhe anhatte, war ich wieder in meinem alten Thema des Boxens drin, weil er früher geboxt hatte. Und als er die Handschuhe ausgezogen hatte, hatte er ein ganz anderes Bild von sich und auch von der Situation im Kopf und hat mit dem Körper ganz anders gearbeitet. Und das will er euch mal demonstrieren. Andreas, bitteschön. Nee, mach ruhig erst mit. Erstmal mit, aber Wirkungsschlag. Also Fokussierung auf Wirkung. Okay, danke schön. So, und jetzt einmal ohne. Achtet mal auf den Sound. Okay, danke schön. Ganz genau. Das heißt, ihr seht schon, der Sandsack, er gibt zurück, er fordert den Andreas ganz anders in seinem Standing, aber er geht doch weiter nach hinten, weil durch die Standfestigkeit der Andreas dagegen hält. Und das Ding natürlich, oder den Sandsack auch beschleunigt. So, ihr habt aber auch gesehen, seine Geschwindigkeit des Schlagens war jetzt eine ganz andere. Im Verhältnis zu den anderen Schlägen würde man sagen, Zeitlupe. Er ist langsam. Aber sein Ziel war jetzt auch nicht, innerhalb einer Zeit vier Schläge anzubringen, sondern einer Zeit einen Schlag zu machen und den richtig mit dem ganzen Körpereinsatz. Daraus weitergehende Bewegungen zu generieren, die die gleiche Wirkung haben, das ist das, wo das Thema Kampfkunst und Lernmethodik genau einsetzt, um das zu vermitteln. Und jetzt stellt euch Folgendes vor, das, was der Andreas gerade gemacht hat, mit dem Wirkungsschlag, müsst ihr hier drauf projizieren. Dieser Stock wiegt im Durchschnitt 200 bis 250 Gramm und wenn ihr den in der Hand haltet und macht schnelle Bewegungen, dann seid ihr nach kurzer Zeit ausgepowert. Hiermit einen Wirkungsschlag zu machen gegen ein Ziel, fordert genauso den ganzen Körper wie gerade ohne Waffe. Und das ist das Thema von logischen Kampfkünsten. Das heißt, diese Gegenstände, die allgemein üblich immer als Gegenstand zur Selbstverteidigung dann propagiert werden, sind eigentlich nichts anderes als Lehr- und Lernmittel, um den Körper zu verstehen. Weil, wenn ich den Stock hinlege und ich befehle ihm, mental oder auch verbal, gegen jemanden zu kämpfen, kämpfe. Er macht nichts. Erst mit mir in Verbindung hat dieser Gegenstand die Möglichkeit, eine Wirkung mit einer Reichweite zu übertragen. Mehr auch nicht. Ansonsten passiert nichts. Und das Gleiche gilt für den Körper auch ohne Gegenstand, was ihr gerade gesehen habt. Wenn der Andreas jetzt mit dem Stock gegen den Sandsack arbeiten würde, wäre es genau das Gleiche. Wobei noch hinzukommt, wenn er ohne den Körpereinsatz schlägt und hier auftrifft, die Stabilität verloren geht. Was gibt das dann für einen Sinn, wenn ich so einen Gegenstand nehme, um mich damit zu verteidigen? Wenn ich vom ersten Kontakt schon einknicke. Sondern ich muss hier stabil sein, die Wirkung muss übertragen werden, damit die Gegenseite sich auch damit auseinandersetzen muss. Und das ist das Thema, wo der Sandsack uns hilft, uns zu verstehen. Ihr könnt euch verstehen. Er spricht mit euch, wenn ihr hört, wie eure Faust beim Aufprall, oder wie der Aufprall klingt, wenn eure Faust hier auftrifft. Ja, ihr könnt es gerade hören. Klar, mit den Handschuhen ist es dumpfer. Aber man hört den Unterschied. Und vor allen Dingen, ihr müsst den Unterschied spüren. Ihr dürft ihn nicht in den Schultern spüren. Der ganze Körper muss sich anfühlen, als würde er in seiner Standfestigkeit gefordert sein. Das ist wichtig, weil dann habt ihr auch mit dem ganzen Körper geschlagen. Ist ja logisch. Schlagt ihr nur mit der Schulter und ihr merkt nach kurzer Zeit, dass eure Schulter brennt. Und dann habt ihr auch nur mit dem Schulter-Einsatz geschlagen. Merkt ihr euren ganzen Körper beim Schlagen und ihr merkt keine große Anstrengung, weil die ganze Last auf den Körper übertragen oder durch den Körper generiert wurde. Dann habt ihr auch mit dem ganzen Körper geschlagen. Und dann müsst ihr noch schauen, ob das, wenn ihr mit dem ganzen Körper schlagt, auch wirklich eine Wirkung erzeugt, dass der Sandsack massiv ausgependelt wird. Beziehungsweise auch das, was zurückkommt. Dadurch habt ihr ein paar Anhaltspunkte, um das Sandsack-Training sinnvoller zu gestalten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich für euch.